Uwe Discord, ja, wo ist denn, dann soll er doch auf meinen Discord, hä? Wo ist denn Uwe, was Uwe, wie Uwe? Und wo, hä? Ich versteh gar nichts. Larry, danke für deinen Zwei. Was geht braun? Wo soll er auf meinen Discord kommen? Ist er denn gerade live, oder was? Bada, bada, ma, ma. Hey, ich schick's nicht. Kuss. Yo. Yo, was geht ab, ihr kleinen Wixer? Was geht ab? Was geht ab, du? Was geht, du, du? So, warte mal. Aha. 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 Ah, ich bin mal wieder da, Mann. Was ist denn hier passiert, Alter? Gestern, gestern kam so ein blöder, kam so ein blöder General, Digga, der hatte eigentlich die Stimme von mir. Ich hab's nicht verstanden. Was? Ja, Mann, das war echt komisch, Alter. Was ist ein Wixer, Mann? Ich glaube, Herr Hort heißt das. Herr Hort? Ja, ja. Und was hat denn der Wixer gemacht? Der Wixer hat uns einfach vorgeführt. Dieser dreckige Mann. Also, ich würde ihn umschießen, wenn ich du will. Ich werde den noch finden. Er hat ja auch noch Bitcoin seine Stimme gehabt. Bitcoin auch noch. Ja, ja, Bruder. Er ist der Meister, irgendwie. Er ist der Meister. Nein, nein. Oh, Beck. Hey. Geh mal hoch in das Büro und check mal den Kontostand. Hab ich schon gesehen, 12 Millionen. Wie sieht's mit Waffen aus? Ich hoffe, das freut dich. Ah, schon. Musst du deinen Porsche nicht mehr verkaufen gehen, da ich gewiss. Doch, doch, den geh ich auch verkaufen. Ja gut, dann kannst du das Geld wegen dem Wasser. Wenn die meinen Revolver genommen haben, dann ist sie echt vorbei. Wenn die meinen Revolver genommen haben, dann ist sie echt vorbei. Ich bleib ruhig. Pass Kolo lang für deine drei Monate. Wartet. No plant ever see you talk shit. Kleiner als drei. Oder? So, wer ist erst mal hier wach? Mal gucken. Freddy Krüger, Pepe, Travis. Okay, nur ein paar Leute. Was? Wenn du nichts zu tun hast, Bruder, kannst du auch gerne helfen beim Verkauf. Äh, ich hab grad zu tun, Mann. Ich hab grad einen Zahnarzttermin, weißt du? Okay, dann gute Besserung. Genob, danke dir für deine 5 Gifted und Gold Rush, danke dir für deine 1000 Bits. Boah, ich muss pissen. Wie fährst du, Wixer? Ja! Das war's für heute. Prostiger, danke Auf einen spannenden Stream Danke dir, Lover, für deine tausend Witz Habt ihr auf dem Klo ein Fenster? Ja Warum? Hä, wäre da kein Fenster, bist du denn wohl? Was, aha Ja, ja, ja Hallo Ich muss kurz kacken, ja Okay, mal kurz kacken Gleich Das war Tut mir leid, aber ich muss aufs Klo So Hallo Moin, moin Ich hab mal ne Frage Ja, bitte Ich wollte fragen Also es ist auch ne wichtige, aber emotionale Frage Darf ich sie Ihnen stellen? Ja, natürlich Aber wirklich eine Frage Ich weiß nicht, ob ich die wirklich fragen darf Aber Ich versuche die Frage so gut es geht zu beantworten Ich wollte fragen, wie kann man so beschissen aussehen wie sie? Ja, aber die Frage kann ich halt auch gleich zurückstellen Warum? Also ich finde, ich hab ein ganz hübsches Gesicht, man Sie beschissen aussehen Naja, okay Von dem Gesicht sehe ich jetzt nicht viel Nein, nein, Spaß Du sagst schon fast alles Ich wollte fragen, warum keine Polizeiautos draußen stehen Warum? Ja Ja, vielleicht, weil Der jetzt des Öfteren vorkommt, dass die Leute, die mit Dietrich noch aufknacken Deswegen werden wir eingepackt Wie? Wer macht denn sowas? Ja, das weiß ich leider auch nicht Wenn ich so jemanden sehe, dann nehme ich den Fass Ja, wirklich, das ist ja wirklich Er wandert sofort in die Zelle Ja, ehrlich, wie kann man sowas machen? Ich verstehe es auch nicht Gut, Herr Officer, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag Ja, gleichfalls Hauen Sie rein Ciao, ciao Dummer Wichser Herr Dax, danke dir für deinen Danke dir für deinen Zapf Nein Dave kommt Sehr gut Gibt Hero, dann geht wieder in den drei Monate Digga, ich habe immer noch Kennt ihr dieses Gefühl, Chat? Ihr habt Kopfhörer und eine Seite funktioniert Eine Seite funktioniert nicht Es gibt nichts Schlimmeres Wenn du nur auf einer Seite Musik hören kannst Es gibt nichts Schlimmeres Wirklich nicht Aimless, danke für den Prime Doch, wenn beide nicht gehen Warum du pushst, Leute? Go play Go play Go play Go play your fucking Beyblade Go play your fucking Beyblade Danke dir, Nussboy Wir haben ja sechs Monate voraus Sechs 15 Ks Habs und kein Geld für Kopfhörer Das liegt einfach daran, dass meine Schwester meine meine AirPods Case einfach mitgenommen hat Sie hat einfach meine AirPods Case mitgenommen Und seitdem habe ich nichts Und seitdem muss ich meine Äh, diese normalen Kabelkopfhörer benutzen Das schon seit drei Wochen Also stabil, dass sie das auch Äh, schon so früh losgeschickt hat Ähm, ja Stop doing this fucking Noobball, you fucking shit Grüße aus der Schweiz Rusted, danke für deine Zwei Monate Loco, schöne Grüße zurück Abgezogen hat sie dich Einfach neue AirPods kaufen Ich hab, das sind schon neue Wunderbar Wunderbar? Sorry Ja, bist du inhaftiert, du Wichser Freddy Wo bleibt denn das Geld, das du mir schuldest? Ich schuld dir kein Geld Ich schuld dir kein Geld Wo bleibt mein Geld, man? Ich leih mir kein Geld bei Leuten 3.000 aus dem adventskalender was 3.000 aus dem adventskalender du fragst mich gerade nach 3.000 aus dem adventskalender wo sind wir hier was für ein adventskalender überhaupt da gibt es einen adventskalender echt ich hatte damals nur diese schokoladen adventskalender und da habe ich am ersten tag schon alle gegessen weil ich fett war wo ist ein adventskalender ja fett war fett bin wo macht ihr so ja wo kann man das denn machen ja wo geht es hier zum adventskalender weiß ich leider auch nicht mehr freund ja weißt du wo es zum adventskalender geht ich suche das auch gerade scheiße diesen adventskalender digga wenn ich schon höre dass der wichser nur 3k schwarzgeld bekommen hat soll ich damit anfangen also ich komme zum anwesen einer soll mich mal aufklären mit lcn was die letzten tage passiert ist ja willkommen ins wundzimmer äh trenox ein prime prime Fernando Clip schon geschaut, ich habe gar keinen Clip geschaut. Danke dir für deine 10 Gifted, ich muss gerade konzentrieren ausfahren. So. Kuss, danke dir, Salatza. Kuss. Vielleicht bleibe ich heute doch länger live, ich muss mal hier kurz was checken. Oh, ooooh, ooooh. Oh, ooooh. Stop doing this fucking noobball, the fucking shit. Wippermann, danke für deine 3 Monate. Oh, ich habe nur 7 Spirit. Super, ich komme mit Trev und Bebe etwas schwach, darf ich noch den Fax noch abfertigen für den Arbeiter. Go play, go play, go play your fucking Beyblades. Ja, sehr nice. Tiba, danke dir für deine 4 Monate. Ah, ausrüst euch Nordsch-